Professor! 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 Was ist denn hier los? Was? Wie haben Sie das denn gemacht? Tja, das war nicht ich. Das war mein kleiner Freund, der Calliope Mini. Was kann der Calliope Mini denn sonst noch alles? Ja, der kann so einiges, aber am besten fragen wir ihn doch selbst. Hallo, mein Name ist Calliope Mini. Damit du mit mir arbeiten kannst, musst du mich zuerst mit Strom versorgen. Das geht mit Hilfe eines Batterie-Packs oder indem du mich über ein Mini-USB-Kabel an den Computer anschließt. Das Quadrat, das du in der Mitte siehst, sind 25 LEDs. Man nennt das auch LED-Matrix. Dort kann ich einen Text als Laufschrift ausgeben oder einzelne Buchstaben, Zahlen und Symbole. Links und rechts von meinem Ultra-Low-Definition-Display findest du die Buttons A und B. Du kannst also bestimmen, was ich tun soll, wenn du mich ganz fest drückst. Möchtest du ein Programm neu starten, drücke doch einfach meinen weißen Reset-Knopf neben dem Mini-USB-Eingang. Ein bisschen Luxus muss sein. An meine sechs goldenen Pins bzw. meine beiden weißen Stecker kannst du weitere Bauteile und Sensoren anschließen oder mich in einen Stromkreis einbinden. Krokodilklemmen können da sehr hilfreich sein. Dort hast du freien Blick auf den Prozessor, also mein Gehirn. Ich sag nur, klein, aber oho. Zudem kann ich über den Lage- und Beschleunigungssensor feststellen, ob du mich gerade fallen gelassen, nach rechts gedreht, auf den Kopf gestellt oder geschüttelt hast. Mir entgeht also rein gar nichts. Aufhören, mir wird schon ganz schlecht. Damit du dich in der Welt orientieren kannst, verfüge ich auch über einen Kompass. Zudem bin ich eine mobile Wetterstation. Ich kann die Temperatur messen und feststellen, ob es hell oder dunkel ist. Und zu guter Letzt bin ich ein geselliges Wesen. Über Bluetooth kann ich Nachrichten an andere Geräte versenden und auch Nachrichten empfangen. Wie du mir sagen kannst, was ich tun soll, erfährst du dann im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.